Tami geht unsere kranke Lara gerade besuchen und er probiert jetzt den Kammelentee und er gibt ihr jetzt den Kammelentee. Er hilft ihr jetzt. Wir haben ihr Kammelentee hingestellt und wir haben ihr Haferflocken hingestellt. Und der Tami, der versucht ihr jetzt zu helfen. Das ist gut für euch. Die Lara muss das trinken. Tami, die Lara muss das trinken. Ja? Guck mal, da stehen Haferflocken für Lara. Ja. Lara, komm, du musst was trinken. Komm, der Tami hat dir schon gezeigt. Komm, trink was davon, meine Kleine. Komm. Das hilft dir. Na komm, Lara. Trink einen Schluck vom Kammelentee. Komm her, Tami. Komm, hilf mal der Lara. Komm, Tami, komm, komm her und hilf ihr, komm. Ja. Soweit jetzt erstmal, aber ich werde euch auf den Laufenden halten, wie das weitergeht. Bis zum Sinn Vell porkanger Couple wurde dabei. Bis zum Schluck gangster. Delft strengthet. Bis zum Schluck spiel.